Paul Warnke war ein deutscher Bildhauer und Schriftsteller. Paul Warnke absolvierte eine Lehre als Buchhändler und besuchte von 1893 bis 1896 die Akademische Hochschule für Bildende Künste in Berlin bei Gerhard Janensch. Ab 1892 stellte er mehrfach auf der Großen Berliner Kunstausstellung aus. Die wenig erfolgreiche Arbeit als Bildhauer endete etwa 1909. Warnke widmete sich nun ausschließlich der schriftstellerischen Tätigkeit. Essays, patriotische Gedichte, Festspiele für das Schauspielhaus Berlin U.E. Ab 1909 war er auch Redakteur des Kladderer Dutch und Mitarbeiter der Zeitschrift F. Bildende Kunst. 1914 schrieb er die Phase zum Hechtbrunnen in Teterow von Wilhelm Wandschneider, mit dem er befreundet war. Warnke hat sich ebenfalls als plattdeutscher Schriftsteller betätigt und 1899 die Fritz Reuter Biografie Fritz Reuter, Wunsheilev Thun Schrevenhet, veröffentlicht. Er war verheiratet mit Hedwig, geborene Größer. Bildhauer Schrevenhet, Pfalzdaff, Inspektor Bresig, Jochen Nüßler, Büste Heinrich Seidel, Büste, Frau Direktor H. Literarische Werke Fritz Reuter, Wunsheilev Thun Schrevenhet, Vogtländer, Leipzig 1899 Hans Stubenrauch Bilder zu Fritz Reuters Werken, mit begleitendem Text von Paul Warnke, Krüger, Berlin 1902 Erwache, Volk Vaterländische Gedichte aus der Zeit nach dem Großen Kriege, Krüger, Berlin 1920 Krüger, Rollkohor Kopf